Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Call of URS und, ähm, wow, 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 es geht ab, Waffen, 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 äh, ich weiß gar nicht, was grad abgeht, weil, äh, ich weiß auch gar nicht, hier waren wir beim letzten Mal, sind wir hier beim letzten Mal stehen geblieben, grad richtig Frame Einbrüche, ähm, okay, also, äh, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen nicht gespielt, wie es ja eigentlich öfters der Fall ist bei mir, und, äh, jetzt wollte ich einfach mal wieder spielen, allerdings muss ich zugeben, dass jetzt hier alles ein bisschen verwirrend ist, weil ich halt wirklich komplett raus aus dem Game bin, und, was ich auch sagen muss, ist, ähm, Was ich auch sagen muss, ist, ich bin halt wirklich Noch einer? Nein, ich bin halt wirklich komplett einfach raus aus dem Game Ist hier jetzt noch was? Nö, irgendwo liegt ein Nugget, okay Ist mir eigentlich egal Hä, wo war denn sein Kopf? Ja, würde ich doch mal meinen Ach Gott, jetzt kommt der Junge wieder an Schieß ihn ab Shit, oh fuck Oh, shit Ist da einer gewesen? Nö Na komm Hä, den hatte ich doch Okay, jetzt Shit, ich muss mal nachladen Okay, okay Noch kann man's schaffen Genau Wahrscheinlich Ich find's so genial, wie hier einfach dann weiter das Spiel erzählt wird Hä, da war doch gar nix Irgendwie kommt mir das Spiel grad voll laggy vor, aber Kann eigentlich nicht sein, weil Ich hab genug FPS, aber, naja Okay, hier geht's nicht weiter Okay, ich muss noch da vorne irgendwo Ach, ich muss noch weiter rauf, okay Ja, dann gucken wir da mal Oh Gott Grad noch geschafft, hör mal Klagt hier jetzt Okay Okay Ach, ich kann nicht Akimbus nehmen Okay Alter, da spritzt so viel Blut Aber es kommt mir immer wieder so vor, als würden Vollkörperteile abfliegen Aber das ist gar nicht der Fall Okay Okay, den haben wir Wie, das hat der überlebt Okay Wir haben bald wieder eine Stufe voll Hier ist wieder irgendwo der Nugget Da ist er doch Alter Ich dachte, ich kann auch einfach so abdrücken Hä, war hier nicht noch einer? Ach, der ist bestimmt dann hier rüber gegangen Okay, okay Aufbrechen Nicht so schön, aber okay Ach, jetzt sag mir nicht, ich muss das nochmal machen Doch, muss ich Was haben wir hier? Die meinen Dynamit werfen und schießen? Hm Was ist das denn? Lass es Feuer regnen Oh, das behalten Das machen wir gleich mal Wenn wir noch eine Stufe aufsteigen Wir rennen mal vor Und hoffentlich Schaffen wir das jetzt mal So richtig abzuhaken Die Daltons Die Daltons Habt ihm in den Kopf geschossen Okay, okay, okay Ach, da ist noch einer Shit Jetzt aber, komm Komm, komm, komm Geht doch Geht doch Okay, hier ist keiner Rein, rein, rein Okay, da geht es nicht weiter Hier auch nicht Wo muss ich denn hin? Konnte man das denn nochmal gucken? Äh, ja Ging es hier lang? Da sind sie Auf einmal hat er viel mehr Schuss In der Shotgun, ja Okay, okay Shit In der Decke Ach, da oben Ach, da komm ich nicht rauf Wo ist der andere? What the fuck? Scheiße Oh man Da haben wir echt Auf den Sack bekommen Das ist jetzt Kacke Okay, okay Beruhigt euch Geht doch Noch einer In Deckung Ach, das ist nichts zum Explodieren Mal, gehen wir mal gucken Ah, komm Jetzt aber Nehmen wir mal mit Ah, wir haben alle drei Gegenstände gefunden Die ist auch durchgeladen Hier ist alles erledigt Können wir auch rausgehen Okay, okay Wo müssen wir denn hin? Ah, Moment Müssen wir durchs Haus Ja Dann verfolgen wir die mal Huch, Hilfe Hier muss ich lang Oder auch nicht? Doch Boah, mir kommt es richtig Leggy vor Aber es leckt nicht Scheiße Haben wir es jetzt Danke Seht ihr das? Das kommt richtig Leggy rüber Aber ich habe hier Eigentlich stabile FPS Jedenfalls werden mir die angezeigt Was passiert denn jetzt hier? Ich gucke mal gerade nach Äh, Option Steuerung Ah Hä? Ach, hier hin Oh, oh Genau, am besten gehe ich in Deckung Wenn ich gerade die Zeitlupe anhab Shit Der verliert so wenig Leben Das ist irgendwie uncool Scheiße Scheiße Okay, okay Das war nicht schlecht Und hier hinter Oh Gott, ey Wie ein Feigling fühle ich mich gerade Okay Noch ein Schuss So Den haben wir Jawohl Mission abgeschlossen Level Was auch immer Ich würde mal sagen Bis dahin Haut rein Beim nächsten Part Gucken wir dann Wie es weiter geht Ob da noch was mit den Dortons kommt Bis dahin Und haut rein Bis dahin Und ich bin